Der Jobbus ist eine Berufsbildungsmaßnahme für Abiturienten der 11., 12., 13. Klassen. Die können dort in den Herbstferien in einen Bus einsteigen, sich verschiedene Unternehmen und Institutionen in der Jadebay-Region anschauen, werden informiert zu den Ausbildungsberufen, zu den Studiengängen und können so erfahren, wie es hinter den Kulissen bei den Unternehmen, bei den Firmen läuft. Unser Ziel ist es, die jungen Leute in der Region zu halten. Ich bin zum ersten Mal dabei und ich bin mitgefahren, weil ich mehr über die Berufe erfahren möchte und sich mehr im Detail damit beschäftigen möchte. Ich bin heute zum dritten Mal mitgefahren und ich habe das eigentlich so genutzt, um einen kleinen Überblick zu bekommen, welche Ausbildungsbereiche es gibt und wie man das vielleicht auch mit einem Studium verbinden kann und welche Möglichkeiten es eben auch in der Umgebung gibt. Der Ausflug heute hat mir sehr gut gefallen. Wir waren jetzt bei Burger King und haben Burger belegt und das war wirklich das Highlight meines Tages. Mir zeigen diese Ausflüge, wie viel zu einem Beruf gehört, worüber man auch im ersten Augenblick gar nicht nachdenkt, wie zum Beispiel auch bei Burger King, von der Organisation her, was das auch mit Warenlieferung und Lagerung zu tun hat. Für Hotellerie interessiere ich mich jetzt schon etwas mehr und das hat mir heute auch noch mal gezeigt, dass es auch ein Bereich auf jeden Fall wäre, den ich in Erwägung ziehe. Wir waren jetzt auch schon bei einigen Unternehmen, also mehrere Tage bin ich schon mit dem Jobbus unterwegs und es hat mir jeden Tag gut gefallen und ich kann den Jobbus nur weiterempfehlen.